Hey Leute, yo, wir spielen mal wieder Grenzlandverteidigung auf Nexus und jo, mal sehen wie es läuft, auf Nexus ist das derbst hart, es ist richtig hart, also viel in Grenzlandverteidigung, ich weiß also wovon ich rede und es ist echt ein Mal, also es ist so krank hier irgendwas zu reißen, ich weiß ja auch immer nicht was ich für eine Waffe nehmen soll, ähm, ich nehme es einfach mal hier als MG und als Titan nehme ich mal hier den dreifach Gefahr, aber die dreifach Gefahr macht eigentlich am meisten Schaden, so, ok, ok, was Mikrofon steht im Weg, ich muss mich anders hinsetzen, ja, und sehe ich hier nichts, ähm, ja, mal schauen, wann fängt der Scheiß an, okay, zuerst kommt Spectre und Frontsoldaten, schnappe ich mir die, die von hier drüben kommen, ok, da hinten müssten gleich die ersten durchkommen, ähm, hier vorne kommen schon ein paar, hier habe mein Teammates, mein Teammates zu da hinten bewachen, ok, die taken meinen anderen Weg, das war am besten von hier, der hat mir die Erfahrung, muss ich sagen, Dauerspray, ach, ich hasse es, der ist ein Kack-Spectre, Mist, ich habe den Scheiß-Raketenwerfer dabei, ich mache auch voll viel Damage, die sind echt präzise mit ihren Scheiß-Waffen, das fuckt schon ab, muss gut aufpassen, bei dem man darf die nicht unterschätzen, in dem Modus ist ein Smart Pistol echt nützlich, online im normalen Modus hasse ich die Smart Pistol, da verfluche ich auch jeden, der die benutzt, aber hier, da geht die voll klar, uah, shit, 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 okay, wir müssen den Posten hier halten, würde ich sagen, mein Teammates müssen irgendwas anderes machen, ich kann nicht alles machen, ja, ich kann das Gebiet hier wohl nicht alleine säubern, mein Scheiß-Teamates muss mal helfen, natürlich, man, Leute, seid irgendwie unfähig oder so, mach doch nicht alles kaputt jetzt, komm, hier zeigt mal ein bisschen Engagement hier, Ey, bist du eigentlich blöde Typ, der da oben steht? Meine Güte, ich muss doch mal was gemacht werden, jetzt hör doch mal auf, hier so blöd rumzustehen, beweg dich doch mal, du fettes Kind, Blöder Spectre, ey, ist mit dir, ich glaube auch, und du erst, okay, hier oben kommt noch einer, Spectre sind echt cool eigentlich, also wenn man den so von Bewegung her sieht und so, die sind hier viel stärker als im Multiplayer, weil die ein direktes Ziel haben, schief, Leute, komm, das war die erste Runde, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass wir bei der ersten Runde schon fast verrecken, oder? Man, ich hab ja wohl mein Bestes getan hier, okay, wo ist der taktisch klügste Platz, das hinzusetzen? Ich bin gewillt zu sagen, hier, so, wir holen jetzt erstmal unseren Titan, damit wir hier ein bisschen mehr Damage machen können, zack, ab geht's rein in den Titan, okay, Mercer Titans, Electro Titans, Selbstmord Spectre und normale Spectre, ne, Scharfschützungs, oh, scheiße, wird eine eklige Runde, ähm, ich verteidige mal hier vorne, so, ups, ach, die sind noch da hinten, okay, ja, ich versuch den mal zu schrotten, ich hab ihn schon fast down, da haben wir ihn schon, der ist down, ich hoffe, da oben ist ein Spektar gewesen, hier, ähm, na, hier kann ich nicht viel mehr verteidigen gerade, der Mercer Titan ist da hinten, okay, ich schnappe den Mercer Titan mal sicherheitshalber, komm schon, Mercer Titan, du musst sterben und so, ja, die Waffe hier ist ein bisschen doof gegen Deathmode Spektar, und da ist der Titan, oh Mist, hier geht nicht durch, ich, hätte ich das gleich gewusst, jetzt schreitern wir jetzt, fuck, der ist schon so gut wie tot, und wir können direkt weggehen, und, Alter, geht's, oh, also, da kommt Selbstmordspektor, stirbt, stirbt, ja, deutsch, ach, Leutchens, Mann, ey, mit dem Team wird das nichts, es wird nichts mit dem Team, die sind viel zu unfähig, ah, okay, wie viele sind denn, okay, einer ist bei dem Dings hier, aber der macht irgendwie nur Faxen, der Typ, ich verstehe gar nicht, was der hier macht, macht irgendwie voll die Faxen, okay, da vorne ist ein Scharfschutzinspektor irgendwo, da, ich seh mir die einfach mal überall, ein paar Dings hin, ein paar Granaten, zack, tot, der Spektar, okay, die Runde hat, glaube ich, nicht so viel Schaden gekriegt, unser Dings, der Sammler, aber, der Spektar da vorne hat scheinbar unser Geschütz ausgeschaltet, ja, komm, Team, mach doch mal, okay, habt ihn, endlich, ja, dann hole ich mal grad das Geschütz hier zurück, weil das Geschütz ist wichtig, so viel Damage macht es zwar jetzt nicht, aber es macht Damage und darum geht's, okay, wir haben ja noch ein Geschütz drüber, ich weiß gar nicht genau, wo wir uns hinsetzen sollen, unser Geschütz hat drei Kills gemacht, naja, besser als nichts, ich würd sagen, wir setzen uns mal hier hin, Spektar, äh, Spektar, aufteiten, wir müssen die Atomteiten matschen, dürfen wir nicht herkommen, okay, wo kommen die ersten Atomteiten runter, da hinten, hier sind noch jede Menge Spektar, nee, kein Spektar, Fußvolk sehen, wo ist der Atomteiten? kommen wahrscheinlich von woanders, dann gehen wir auch mal woanders hin, da ist zwar kein Titan da, aber Fußvolk und so, und kann man auch hier kommen, oh, da hinten ist der Atomteiten, okay, ich nehme mich dessen an, zack, 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 tot, okay, der nächste kommt von, weiß ich noch nicht genau wo, boah, Leute, ihr müsst, hier zum scheiß Dings gehen, ähm, zum Ernter, hier sind schon beim Ernter, ich kann mal die nachfolgenden, Soldaten hier ausschalten, so, boah, so scheiß Sprechseite tut ich mich nicht, Kletter nehme ich auf einen drauf, und muss voll vorsichtig sein, bei dem, bei dem ist der Atomteiten, bei dem ist der Atomteiten, fach, fach, okay, der ist schon fast da oben, okay, der ist man, wurde gemanscht, der ist braai, ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein braai, So... So... So, die Kampagne... Drecks Fußball hier... Das muss jetzt wohl nicht das Problem sein, oder? Ah, das ist der Prospektor... Neben... So, der ist... Direkt eigentlich auch schon down... Drüben kommt noch ein Atom-Tyton... Oh, da kommen sogar zwei... Oh, schon System schneller... Kommt schon! Zack... Und der ist down... Okay, da hat mein teammate gut mitgeholfen jetzt... Er ist da leider weit rausgegangen, aber... Ist ne Volllatte... ...sterbt... Hier ganz ein Fußvolk da vorne... Oh nein... Kommt Leute, das ist ein bisschen Fußvolk hier... Das ist doch mal kaputt... Okay, ist sehr gut... Das war wohl der letzte... Ich bin der Beste... Yeah, ich bin der Beste im Team... Komm schon Team... Noch die... Eins, zwei Runden... Ähm... Ein Geschützzweck, oder? Und ich hab's hier vorne hingestellt gehabt... Ähm... Eine Idee, ich stelle euch diese Folge... Äh, die Folge... Die Runde, glaub ich mal, hier hin... Gucken, wie sich da so schlägt... Okay, Mörser-Tyton und Elektro-Tyton... Uiuiui... Ähm... Wessen soll ich mir annehmen? Eigentlich wäre ich besser geeignet, um Mörser-Tyton zu klatschen... Oh, und Selbstmord-Spectre... Und Schalsschutz-Inspectre... Na super... Und töten wir erstmal hinten die Selbstmord-Spectre... Ah, den müssen Mörser-Tyton... Okay... Schreddern wir den mal... Zack... Zack... Komm, wir schreddern jetzt mit der Faust... Zack... Oh, das hab ich mir selbst so gefügt gerade... Das war ziemlich doof... Okay... Schutz-System aktivieren... Okay... Wir wussten uns mal noch hier vorne... Nur... Auf dem Mörser-Tyton... Ich dachte, er wurde gestrottet eben... Zack... Der ist down... Okay... Aber wenn wir nochmal hier rüber, einfach so sicherheitshalber... Könnte ja was sein... Ballen wir mal da runter... So... Und hier kommt jetzt mal jede Menge... Ohne kommen jetzt auch noch jede Menge... Okay... Und wo kommen die dann? Hier irgendwo... Oh... Ich versteh's mal nicht... Oh... Erstmal Spektra... Muss ja nehmen... Okay... Dann haben wir auch direkt... Mörser-Tyton... Und Strider eigentlich auch... Zack... Der ist eigentlich auch schon down... Geh direkt weiter zum nächsten... Ja... Ich bin ja schon dabei, die Mörser-Tyton zu klatschen... Oh... Okay... Den haben wir schon... Fertig gemacht... Den drüben, den mach ich auch noch kalt... Okay... Der hat sich gewährt... Ich hasse es, wenn die sich wehren... Der ist aufgestellert... Okay... Das sind Elektro-Typen... Von den muss man sich echt in Acht nehmen... Ziemlich gefährlich... Die machen so viel Schaden... Okay... Der ist schon down... Der ist... Auch eigentlich down... Ja, ja, der ist down... Da ist er am Arsch... Und dahinten haben wir noch einen Mörser-Tyton... Der wird aber grad von einem... Teammitglied gemanscht, glaub ich... Naja, versucht... So, der ist auch down... Sehr schön... 13 Titans hab ich schon gemanscht, ey... 100 Fuß Volk... Okay, das schaffen wir... Geil, unser... Unser Dings ist noch gar nicht draufgegangen... Unser, ähm... Unser Ernte... Ich leiste hier aber auch ganz gute Arbeit... Und Teammitglied sind jetzt grad auch... Die sind besser geworden jetzt... Ich hab's grad irgendwie... Bisschen mehr drauf als vorhin... Weil vorhin haben die wie totale Vollidioten gewirkt, finde ich... Böse gemeint, aber... Okay, wo platziere ich jetzt mein Geschütz? Atom- und Mörter-Titons nähern sich, Team... Teil euch auf... Oh ja, das ist meine gehasste Welle... Okay, Titan, komm her... Ich hätte eigentlich Minen mitnehmen müssen... Pilotensteuerung aktiviert... Okay, wir steuern gerade mal alles, was hier hinten war rum... Freucht und fleucht... Da vorne... Okay, die Atom-Titons kommen von da vorne... Als allererstes... Aber die kommen ja dann gleich auch hier... Das hinten müssen wir in Team-Mails mal machen... Können wir nicht hier um die Seite... Und da haben viele Menge Atom-Titons... Lassen Sie mich in die Nähe des Erntes... Atom-Titons nähern sich dem Erntes... Der stören, bevor er explodiert... Och man... Der lässt den Scheiß-Titons hier einfach alleine rumstehen, Mann... Ach du Scheiße, Leute... Leute... Was macht ihr denn? Ihr müsst sie doch aufhalten... Hallo... Ja... Ihr müsst die auch mal kehlen hier... Tschüss... Tschüss, Alter... Tschüss... Oh ja, ich bin doch schon dabei hier... Ich kann auch nicht alles alleine machen... Oh, mein Team ist auch zu unfähig irgendwie... Ja, das war's... Oh, das ist Mann... Weißt du, meine Teammates lassen ihre Titan einfach rumlaufen... Das ist das Dümmste, was man tun kann... Das ist das Dümmste, was man tun kann... Das ist das Dümmste, was man tun kann... Man muss... Seine Scheiß, ähm... Titans selber steuern... Das macht so keinen Sinn... Die sind zu dumm einfach... Die kriegen nichts auf die Reihe... Sie gratulieren... Ob auch vorrückte Gegner zu feuern... Okay, dann bringe ich jetzt mal ein anderes Geschütz... Hier vorne an... Okay, Titan, komm mal zu mir... Ähm... Bring das mal da an... Und hack ein kurzes Geschütz hier... Nein, Titan kommt zu mir... Wir übernehmen jetzt hier direkt die, äh... Atom-Titan-Welle, weil wir meine Teammates nicht umbringen... Ähm... Sagen wir's so, wir... Wir schützen jetzt die Seite hier... Die sollen sich um die Mitte kümmern und um die andere Seite... Okay, wir fangen direkt die hinten an... Okay, wir werden direkt bis Trader zurück... Du weißt, der Erste ist schon down... Oh, geh doch mal weg, Mann! Die Mädchen weg... Und da haben viele Mengen umgeheißen... Dass wir nicht in der Nähe des Erntes... Tüch, 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 tüch... Ähm... Oh, uh... Ich kann nicht so viel machen... Ich muss... Ich kann auch gar nicht... ... meine Leckes machen nach da vorne irgendwo schießen... Äh, nach vorne irgendwo bringen... Da hat so viel Atomhaltensproblem... Boah, shit, 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 shit... Ich muss weg... Okay, ich kann mich um den hier... Die paar... Komm... Nein, gehen wir jetzt schaffen die Paratomhaltens... So jetzt aber, oder? Ja, geht doch... Sehr gut... Kommt, ihr gehört euch mit dem Rest... Ich gehöre mich hier um die... Um die Mörser-Titons... Haha, Idiot... Okay... Der ist down... Nächste Titans kommen wahrscheinlich von drüben... Ja, hallo zu me... Ich freue mich auch dich zu sehen... So... Nächste Atom-Titons kommt von wo? Genau, von da hinten... Wie ich es mir gedacht habe... Scheiße, hätte ich jetzt schon sein müssen... Shit... 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 Ich muss hier weg... Ich muss hier weg... Ich muss mich heilen... Sein Geschütze zerstört... Besorg dir ein neues, so schnell ich kann... So, okay... Als allererstes müssen wir die ganzen Atomhaltens klatschen... Ja, ich versuche ja die zu zerstören... Aber ich kann nichts machen, wenn die mich angreifen... Wenn die Atomhaltens kriegen Sie mich was an... Gut... Ich gehe da vorne auch... Hier, küre ich mich ums Fußvolk... Komm schon... Der Geist ist mir gegen an... Oh shit, Atombreiten... Oh shit... Shit... Shit 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 shit... Leute, Leute, Leute Leute... Leute, Leute... Hier vorne! Ich brauche hier vorne... Alle! Aager... Ja, ich versuch's ja schon, ihn zu zerstören... Aber auch gleich Du nix nach vorne... hinte... Stieb, stieb, stieb... Scheiße, er auf plainen geschafft glaub ich, oder? Jakob in Wohns ماier... Oh, wir haben es geschafft, ey. Wir haben es geschafft, ey. Wir haben es geschafft, ernsthaft, geil. Mann, ich hätte es gerne mal im ersten Mal geschafft. So. Ja, wer hat hier die Bude gerockt, ey? Ich habe hier die Bude gerockt. So. Okay, Leute, das war mal wieder hier eine Runde Grenzlandverteidigung. Ich finde es ganz cool, der Modus. Und 31 Titans habe ich gemanscht. Ja, ja, hier, du, ne? So macht man das. Und sehr viele Minions. Okay, ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich hier mal ein bisschen mehr Grenzlandverteidigung bringe. Macht gut, Laune. Und, ähm, ja, ich hoffe, es entertaint euch. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Teilt mit euren Freunden. Das ganze übliche Shit halt. Und wir haben hier jede Menge Verstärkung für unser MG bekommen, Burn Cards. Karten, Übersicht, Burn Cards, Elektrogeschütz. Geil. Wir müssen unbedingt mal hier unsere Titan Burn Cards benutzen. Ja, ich würde sagen, wir spielen jetzt eine Runde Multiplayer. Und, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Haut rein. Tschüss.